Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich den 16. Teil der WECO Neuheiten Serie 2020 für euch. Heute ist die Slenderman Batterie dran. Die hat 51 Schuss mit einer Brenndauer von ungefähr 35 Sekunden. Die NEM beträgt ungefähr 400 Gramm und zu erwerben gibt es diese Batterie bei Pyroland. Link ist in der Videobeschreibung für 22,09 Euro. Der Effekt ist meiner Meinung nach wirklich schön für 20 mm Kaliber. Es sind nämlich kleinere Zerleger mit einem Finale, das auch teilweise im Fächer geschossen ist. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.